Du scharf gesagt hast. Gebratene Nudeln mit Asia-Heechen. Was soll ich das denn? Es geht jetzt ums Allgemeine. Wo ich auch für morgen könnte, sind gute Frühlingsrollen mit asiatischen Nudeln und viel Gemüse. Also wirklich mit viel Gemüse. Zone A. Zone C erobert. Du liegst in Führung. Ihr habt den Zonenvorteil. Ich habe gerade einmal das komplette Team aus dem anderen genommen. Ich habe das geschehen, oder? Nein, ich kämpfe gerade wegen drei Leute. Ich bliege gerade gar nicht. Nein, da habe ich geheadshotet und it's recruit time. Warum tötet ihn keiner, der hinter mir steht? Why? Was spielst du jetzt eigentlich in der Klasse? Warlock. Zwei Zonen gehören euch. Huh? Yeet? 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 Ja, ich hab gerade auch die Heli draus, wie Yeet ist. Yeet ist die Heli. Alter, Naik. Ja. Was machst du da? Ähm. Witzel, ich bist. Ah, ich lasse die Milie. Ich muss da weg. Ich glaube, das gegnerische Team missbrauchen die anderen was. Oh mein Gott. Ich mit deiner. Oh nein. Ja, der hat immer auch heiß. Ich habe ihn weggefickt allerdings. Sind da noch ein paar andere. Oh, Knoten. Auf Bitch. Lauuu. Er schießt mit Jötchen an mir vorbei. Heute ist mein Glücklichstückler. Spring doch nicht in mich rein. Jetzt bist du froh. Gut gekämpft, Jäger. Wer das an? Wer das an? Wer das an? Wer das an? Would you fuck off please? Oh fuck. Alter. Alter, Naik. Was denn? Oh nein. Oh mein Gott. Chips voll krass hier, Alter. Du stimmt. Da fehlen keine Chips. Was sinds denn? Auf Reilo. Auf. Fuck off. WTF? Was WTF? Findest du auf Reilos nicht? Doch. Aber ich bin überraschend. Ich bin nicht. Ich denke, der siebte oder achte waren nicht mehr in den Schiff. Jetzt hat die Wege halt den Zug geschockt. Du hast was geschlafen, Alter. Von wo werde ich angeschossen? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt, ne? Alter, nein. Ich habe keine Munition mehr auf der Einsiedler. Easy. Ich habe keine Munition mehr auf der Einsiedler. Das sagt dir einfach, wie viel ich da mitgeschossen habe. Ich habe 23. 20. Jetzt überlegen, ob es böse. Na, hat so eine Bebe anspurt. Das sagt mir zwei Sachen. Erstens. Ich habe sehr hart damit rumgesprayt. Zweitens. Warum lebe ich so lange? Ich bin für so ein langes Leben nicht gemacht. Wirklich? Warum nicht hier stolz? Alter! Du sollst Dinger essen und die nicht anal einführen. Ein Zonenvorteil. Warum lebe ich noch? Das macht mir Probleme. Das bereitet mir moralische Probleme, weil ich eigentlich der Typ bin, der vorläuft und stirbt. Das kenne ich. Nein. Wow, klaren Regeln. Echt jetzt. Der Unterschied ist, ich laufe weiter vor wie du. Unbestrefft. Nein. Oh, Manu. Ich wollte ihn uns nicht da noch killen. Er ist von der Map gefallen. Das ist okay. Ich habe gerade nur gehört. Er ist von der Map gefallen. Das ist ja safe.